Oh Gott, plus Blech. Schöne Rechte, was geht da? Oh, der. Oh, Topi ist wieder da. Zeig, was du kannst. Zeig, was du kannst! Wo warst du? Arbeiten! Arbeiten! 15... 12... 28... 28... 28... 28... 28... 28... Okay, motherfucker! Die ficken jetzt die Zähne. Er fickt seine eigenen Zähne. Oder er fickt die Zähne. Man weiß es nicht. Das ist ja kein Metall, war das Plastik. Eine Kunststoffschiene. Das ist schwer, ne? Mann, mach das ordentlich! Das ist doch zu hoch. Bist du so groß, Alter? Ne, aber deine Gegner vielleicht. Ach so, ne. Es geht darum, noch nicht so groß wie du bist. Das soll nicht bequem für dich sein, Mann. Ja, wie deine Gegner. Da, pass auf! Frichter! Krass! Dann siehst du, fass gut! Hi! Wolltest du ein neues Fahrrad? Ich wollte nur mal gucken. Ja, gerne. Willst du Fitness machen? Jetzt hab ich die Sport machen gekommen. Bis später. Hier, nimmst du die Kleine. Und wie wiegt die? Weiß ich nicht. Bist du dir gesichert von der Seite? Ja, hier ist gesichert. Pass auf! Ich hab das gesichert, ja. Naja, naja, muss halt nicht total kippen. Was willst du damit machen? Drehen oder was? Eigentlich schon, oder? Naja, nicht komplett drehen. Du bist ein Tier ey. Dünnen bist ein Tier ey. Du bist groß. 12 12 und allerdings in fünf sätze 5 x 12 5 x 12 nicht schlecht ja kann ich nicht das ist ein bisschen schwer